okay wir beginnen heute mal mit einem neuen einsatz und schauen wir mal jetzt geht es los gucken wir uns mal das intro an, da halte ich mal die fresse und dann gucken wir weiter an diesem black friday können sie auslachen auf der ganzen union strömen an diesen tatschern in diesen tatschern 140 million 9000 geschäfte in den wechseln ab breitag waren für viele millionen dollar die grippesaison so früh wie noch nie scheint es sich um eine unbekannte art der grippe zu handeln ebenfalls eine tatsache, die selbst experten unvorbereitet trifft will nichts spekulieren aber sollte zurück zu den nachrichten meldet als erstes blatt einen bisher unbestätigt haben reichlich für den fall eines pokken ausbruchs trainiert keine züge die brücken sind gesperrt hier sind eine echte gefahr dass es nicht genügend impfstoff gibt um alle steht kein grund in panik zu verfallen eine komplette amerikanische stadt inzwischen das grüne gift genannt wurde der central park in ein massen die regierung scheint keine ressourcen mehr die behandeln uns wie tiere nicht unser job dafür sind wir nicht aus als wir aktiviert wurden wussten wir dass die lage schlimm ist weit schlimmer als bekannt wir sind hoch trainierte eingebettete elite wir werden gerufen wenn alles andere versagt wir haben keine regeln und keine grenzen unser job ist die reste zu schützen wir sind ihre kollegen wir sind ihre nachbarn wir könnten auch ihre freunde sein aber werden wir gerufen lassen wir sofort alles zurück wir sind the division und los geht's jetzt geben wir uns erstmal ein gesicht oh schön gemacht jawoll wir spielen mal wir spielen eine trolla weiblich Gesicht komm wir nehmen sie hautfarbe lassen wir glaube ich so oder so ach keine ahnung die haare du hast die haare schön wir nehmen wir einmal mit ohne haare haarfarbe brauchen wir eigentlich gar nicht schwarz jawoll markierung brauchen wir Narben Tattoos 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 akk w m yu Okay Narben brauchen wir Narben Na die sieht scheiß aus Die sieht cool aus Die coole Narben nein Da kam die nimmer los Zubehör Piercings und Brille Was nehmen wir für ein Piercing Ohrringe Na Na komm wir nehmen Ohrringe Genau Bestätigen Mann aber was hat man noch Zubehör Ne Brille will ich nicht Markierung Kriegsbemalung ist auch Quatsch Alles 8 km färtsch Bestätigen Jetzt wird der Agent gebaut Na gut Na gut Hier in Deckung gehen Na gut In Deckung gehen Waffentest initialisiert Eröffnet sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele Primär Waffentest erfolgreich Wow Waffentest initialisiert Eröffnet sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele Und Feuerwaffe Prima Hier gab es irgendwo eine Waffenkiste Willkommen an Bordagent Ich bin Louis Chang Division Commander der Nord-Ost-Sektion Jawohl Sie wurden aktiviert weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist Isaac hat uns über ihre Fortschritte informiert Begeben sie sich zum nächsten Safehouse für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung Gut Safehouse müssen wir jetzt Da müssen wir hin Dann gucken wir doch jetzt mal hin Dann lasst uns mal zum Safehouse gehen Dann lasst uns mal Wir können uns auch mal was anderes anziehen Inventar Charakter Aussehen aussehen pop 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 so hosen mal militärhose nehmen meine schicke militärhose hemden habe ich keine ahnung schickes hemd schuhe zahlstiefel als tücher weil schallviolett jacken schicker parka cargo jacke saftleder jacke bomber jacke haja weil weiße wanderjacke lila jawohl die lila soft shell jacke lila doppeljacke ja das ist es doch güter bommelbien nein ich habe die bestätigung dass ihre mitagenten feiler eingetroffen ist melden sie sich bei ihr wenn sie reinkommen das machen wir jetzt geben wir uns mal ins safe house na wer sagt es denn das safe house betreten das haben wir ja mal eine muni kiste munition auffüllen dreimal granate was haben wir hier noch nicht weiter ausstattungshändler und hier müssen wir hin jawohl wir verlieren das ganze viertel lünderer sind unterwegs sehr viele in unsere richtung gehen sie dort in stellung da kommt noch ein nachzügler agentin fei lao division zur selben zeit aktiviert wie sie wir sind die zweite welle die losgeschickt wird ich weiß nicht was aus der ersten welle wurde aber so wie es aussieht gibt es noch jede menge für uns zu tun wir haben nicht viele infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern nicht wenn manhattan abgeriegelt ist und brooklyn auf der kippe steht leute wie ich und sie sind die letzten die noch die stellung halten mit ein bisschen glück können wir schon mehr sagen wenn wir uns mit dem commander treffen über die gesamtsituation über die 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 straßen in ein kriegsgebiet verwandeln über alles was uns helfen kann unsere arbeit zu tun nun entschuldigen sie mich lieutenant offizie sind und sein team kümmern sich um die lageberichte wenn sie ein krisenherd suchen wenden sie sich an ihn das machen wir doch glatt also hier müssen wir irgendwas abschließen identität bestätigt die ausrüstung akzeptiert ok was müssen wir jetzt machen hier die tafel einlesen glaube ich das haben wir ja gerade gemacht fertigkeit nicht zugewiesen gucken wir uns doch gleich mal an inventar ne fertigkeiten da ach ja gucke dann nehmen wir hier das radar achso geht noch nicht was sind das eigentlich ach haftgranate haftgranate wollen wir es mal nicht wir haben es mal das radar das ist ganz gut so und jetzt müssen wir ein paar aufträge machen glaube ich so und zwar müssen wollen dann gehen wir doch gleich mal dahin nebeneinsatz mal gucken was wir da machen müssen das sind ja alles mit plünderer ja die war jetzt die wollen nur vom leid der menschen profitieren holen sie die vorräte zurück da sind sie die kämpfen die kämpfen na ich ziehle nach im reisen suchen gut gut suchen suchen aha das müssen wir uns also das nehmen wir doch gleich mal mit mal gucken ob das was besseres war inventar ne hier na aber den können wir gleich so basteln haben wir Stoff gekriegt so jetzt gehen wir mal zu dem anderen Teil hier wo ist das hier drüben eine Kiste müssen wir holen Nahrungsmittelvorräte wieder beschaffen da sind sie die bösen Jungs so jetzt gucken wir uns das mal an hier ja können wir wieder was mitnehmen oder ne ist weg so für GTF markieren na prima so Deckung gehen komm zeig so kommt da noch mehr oh hier muss ich hin das muss ich doch machen aber weiter das Magazin das nehmen wir natürlich mit hier rein ne da muss ich rein hier muss ich rein was machst du hier komm Flitze hau ab komm 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 hau ab hau ab herrlich so was machen wir hier für GTF markieren so ne im Einsatz abgeschlossen guck mal rein Inventar wir bringen das Elton zu den Leuten die es brauchen ne hier wollte ich gucken 13er West ne den nehmen wir doch glatt so und irgendwo hier hab ich ein Magazin gekriegt das kann ich bestimmt hier dran basteln ne matt doch geht ha sehr schön sehr schön was muss ich jetzt hin hinten hab ich noch zwei Nebenaufgaben besuchen wir uns jetzt mal wo sind wir eigentlich hier im Brocklin sind wir aha was ist das hier ach hier bin ich hier bin ich jetzt müssen wir hier hoch fangen wir mal mit dem hier an nebeneinsatz Geiseln retten wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank da langt das ist so schön dass das Strich zeigt uns immer an wo wir hinlatschen müssen sonst hoppen wir uns hier permanent verlaufen sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten dann gucken wir die Pistole an gucken wir uns mal nicht hat sie das ist cool und weiter geht's alles voller Müll hier alles was das Hammer abgefahren da gibt's ne Muni Kiste irgendwo das war die wo wir vorhin schon mal dran waren glaube ich da steht sie oh ich hab genug ich hab 600 Schuss dabei das reicht ne das ist was grünes das ist ein Zivilist so und es schneit sieht schon cool aus was wir gemacht haben ja und jetzt da muss es irgendwo sein unten das ist unten das ist unten jetzt die Tür auf ah es geht die Tür auf dann gehen wir mal in die Katakomben ab in die Kanalisation so wohin da geht's durch glaube ich ja sieht so aus gell dann geht er nach oben dann gehen wir wieder hoch ach Gottchen mal scannen da sind sie hab ich Granaten ja ich hab Granaten brauchen wir gleich mal eine Granate rein hat's aber schön weggeballert das muss man ja nicht gleich abkratzen okay hier ist ein neues Medi-Pack ne was war'n was keine Ahnung irgendwas komisches flach da jetzt müssen wir hier rin hallo hallo öffnen geißeln retten oh Stufe 2 ich bin aufgestiegen hier gibt's was schrecklich ich muss so schnell wie möglich hier weg schützmaske nehmen wir jetzt gucken wir mal was wir schönes gekriegt haben oh ne neue Waffe oh die kann ich noch nicht zuweisen ich glaub ich hab noch keinen neuen ja Wörterstoff Stufe 4 entsperrt naja was haben wir hier ne neue Maske na die nehmen wir doch können wir die Schutzmaske hier gleich zerbasteln so sehr schön was haben wir jetzt noch jetzt haben wir noch irgendeine Aufgabe da hinten haben wir noch eine hier oben die markieren wir uns mal Agent diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen aha Plünderer vermutlich um sie zu verkaufen wir haben Schmerzpatienten die die Medikamente brauchen versuchen sie die Kiste zu bergen dann gehen wir mal gucken ob wir die Kiste finden naja komm ich gar nicht mehr raus wie komm ich denn hier raus ach doch da oben irgendwie komm ich da komm ich raus ah das sind keine keine bösen Jungs komm geh runter das sind keine bösen Jungs komm Trollah renne was muss ich eigentlich machen Morphin Morphium Morphium 10 auf Wiedersehen so jetzt jetzt ja hier irgendwo muss das sein vermisste Vorratskiste geordert ich glaube einfach ja du das war so Latte oder was Alter Wahnsinn irgendwo war aber noch jemand gell so rück nur halt mal auf komm das war's schon achso ne da kommen jetzt bestimmt noch Wellen das will ich haben noch ne knarre umgebaute SMG 9 vergleichen wir mal mehr Präzision ansonsten ich behalte mal meine dran die gefällt mir grad ganz gut so dann markieren wir das mal ja vorräte zur Abholung markiert JTF informiert ach wir nähern uns jetzt ihrer Position Gegner wo seid ihr da kommen sie treffen müsste man nur können da ist nur eine da schält sie auch mal bescheuert hin alter Schwede was für ein kommt ja schön wie ne Schießblute kommt Jungs kommt noch mehr da ist noch jemand hinten kommt sie ist noch einer da ist noch jemand das Gennen ist noch nicht wieder bereit da drüben sind sie wo ist der denn ach hier ist er doch guck dich doch mal hin drüben jetzt kommen sie doch von hier komm noch mehr wieder von da ach komm hopp dich hin Tschüss, mein Freund. Jetzt machen wir wieder das Zeugentübel ein. Das haben wir hier schönes gekriegt. Was zum Anziehen. Eine Militärmütze, die nehmen wir natürlich mit. Hier liegt was, hier liegt was rum, hier liegt was. Mal eine Munition, hier liegt noch was. Jetzt gucken wir mal, was wir schönes gekriegt haben, ob es schon lohnt, sich für was Neues anzuziehen. Neue Pistole. Nehmen wir uns die zerbasteln wir gleich. Oh, es gab ein grünes. Jetzt haben wir hier mal eine neue Maske gekriegt. Eine 7er Maske, jawohl. Nehmen wir ein bisschen, steht noch ein bisschen mehr. Und, was haben wir da noch gekriegt? Ein Handstopp. Den bauen wir hier doch gleich mal dran. Geht nicht. Was für ein Scheiß. Geht er hier vielleicht dran? Ne. Na dann halt nicht. So. Wo müssen wir hin? Darüber. Jawohl, danke. Mach. Dann latschen wir jetzt mal darüber. Was ist denn da aus wie? Was ist denn das? Achso, safe house. Sieht aus wie safe house. Nein, oder was weiß ich, was das ist. Kaputer laden. Kaputer laden. So, hier lang. So, 130 Meter. Oh, ganz schön. Eck ist doch safe house, he? Aber eigentlich haben wir alles gemacht, he? Ja, ich bekomme jetzt hier. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Vielen Dank für all die Leben, die Sie gerettet haben. Kommen Sie doch mal wieder vorbei. Ja, ich komme doch schon. Wir haben hier was für Sie. Ja, ja, ja. Ab ins safe house. Kreis drüberspringen. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Und zu ihmchen hier. Jawohl, Stufe frei. Einmal frei. Wir haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel. Da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. So, Achtung, muss mal hin, Revierbelagerung, darüber irgendwo. Ich nehme manchmal wieder Moni mit. Gucken wir, ob es irgendwas Neues gibt beim Aufstieg. Fertigkeiten, ne. Neu. Inventar gibt es auch nichts Neues. Also alles beim Alten. So, dann müssen wir jetzt hier raus. Revierbelagerung. Mal gucken, was das ist. Ich komme hier noch mal hier drüber. Trula. Ja gut. Adam Street. Na gut, ich nehme malen die Adam. Adam Street. So. Ich kann mir das nicht ansehen. 22 Meter Belagerung. Ach, das ist ein Einsatz. Na, guck mal einer an. Na, los geht's. Agent, bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Die haben Bewegungen auf dem Dach. Ich glaube, die haben Granaten. Die hat sich nicht mehr von den verhandeln. Hier, die hat sich nicht mehr flying. Und delays ihr nicht nach. Yay ne. Wir gehen hier mit Bailey. Wo bin ich gön? Ja, da ist er. コココ. Und hier ist mein Flay. so, da hinten der auf den Sack das hat ich von mir auch nicht trau mich aber nicht jetzt die beste Nachricht seit Monaten kommen sie von hinten über das Parkhaus verstanden Agent da geht's rein machen wir los geht's wir kommen von hinten da ist noch jemand ach da oben was mache ich denn jetzt rutsche ich auch oder ist da noch jemand ich gehe mal hier vor na prima die oben laufen ich jetzt nicht hier da kommen die nun schon mal dann da sind zwei so da oben den auch kommt Das war's für heute.